So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wir sind hier gerade, ja, weiter, äh... Ich muss alleine gehen. Ey, du kannst doch ein Pferd rufen. Wir sind weiter von Gegnern behakt, die aber nicht wirklich nennenswert sind. Von da aus kommen wir, glaube ich, aber wir sehen uns trotzdem überall ganz detailliert um. Oh, wieder weggekrittet. Also die Schläge vom Pferd sind schon sehr hart. Wenn die kritten, wächst kein Gras mehr. Und sie geben immerhin Gold. Die Gegner, also... Für Gold kriegen wir auch neue Moves, neue Items. Kann man sich nicht beschweren. Und das ist auch irgendwie ein cooles Gefühl mit so... Wie, ich hab den... Ach so, der ist gerade wieder auf dem Weg zu seinem eigentlichen Weg. Hat er mich da einfach vom Pferd gesäbelt, der Kerl? Dafür setzt es aber was. Hat die Leute sich hier alles trauen? Einfach einen apokalyptischen Reiter vom Pferd zu prügeln? Klauen. Alles Sachen, die man verkaufen kann. Übrigens, wenn ich bei Waffen auf etwas achte, ist es normalerweise jetzt bei unserer Skillung, die ich vorhabe, nicht der physische Schaden. Sondern vor allem auf Elementarschadenswerte. Warum? Ganz einfach, wir skillen Nekromant. Das heißt, vor allem Magie. Das war mal eine nette Kombo. Ach, da ist wieder eine Kiste. Was bewacht die? Joa, Tod hat schon einen harten Schlag am Leib. Ah, der gute alte Wandsprung. Man kann ja von Tod sagen, was man will, aber klettern kann er. Geht's hier irgendwo? Ach, hier geht's hoch. Habe ich eben auch wieder was gesehen. Diese komischen Kristalle, die kann man halt später verwenden. Dreck. So. Das heißt, ich muss das jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Nochmal hier hoch. Kann ich da irgendwie an der Wand... Ach ja, das ist auch so gewollt. Man sieht die Spuren. Kiste. Was enthältst du? Faustschild macht mehr Schaden. Insgesamt. Komm, nehmen wir. Jetzt haben wir halt die. Das ist aber ein Faustschild. Das heißt. Wie soll man sagen? Es gibt die schnellen Waffen und die schweren Waffen. Und ein Faustschild gibt einem die Möglichkeit zu blocken. Neben den Standardangriffen. Wenn wir halt halten, blocken wir stattdessen. Nützliche Sache. Oh, Moment. Wer sich jetzt fragt, was das ist, das ist ein Fuß. Warum das hier liegt, dazu werden wir noch kommen. Ich glaube, ich demonstriere mal kurz den Faustschild. Und wie man damit blockt. Jetzt war ich nicht schnell genug. Ach. Danach hauen wir auch zurück, wenn wir was erfolgreich blocken, glaube ich. Das Problem ist, wir können diesen harten Angriff nicht direkt blocken. Wie man sieht, das gibt ordentlich aus. Wir müssen aber rechtzeitig genug blocken, weil wir eben halten müssen. Ich mag Faustschilde irgendwie. Wobei die anderen Waffen auch cool sind. Ach. Hier seid das, die hier diese Geräusche machen. So, schon wieder einer hin. Ich weiß nicht, man kann die, glaube ich, auch mit Ruin, äh, Ruin, sage ich schon, mit Verzweiflung einfach rüber rennen. Aber das wäre ja langweilig. Ich schau mal kurz, was passiert, wenn wir mit... Wumms rennen, ist nichts passiert. Dann habe ich mir das eingebildet. Dann war das falsche Erinnerung. Der verkohlte Pass klingt doch auch schon mal sehr vielversprechend. Aber die Gegner werden echt nicht stärker. Die ganze Zeit Level 2. Auf jeden Fall eine hübsche Gegend. Ach, der lebt noch. Ändern wir. So, hier ist wieder eine Truhe. Die wird natürlich eingesackt. Toll, habe ich den nur nach hinten gedrückt. Ich nehme das mal mit. Ist das Ding wirklich besser? Das Ding hat ja nur Schaden. Die anderen haben noch zusätzliche Sachen. Ich glaube, ich nehme... ...die üble Keule nochmal zurück. Und... Ja, bisher sieht alles ganz gut aus. So. Edge, nicht erwischt. Aber tot. Ich könnte mal den Weg hier lang gehen, weil der ja auch nicht zum Ziel führt. Okay. Doch, ob da falsche Taste. So. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, habe ich das bekommen. Komm, ich setze nochmal die Bude ein. Die machen nicht viel Schaden, aber sie lenken Gegner ab. Oh, den kann ich... Den hätte ich sogar finishen können. Geben wir mal hier lang. Das ist jetzt interessant, wo das hinführt. Ich meine, hier kommen wir doch nicht her, oder? Ne, da geht's zur Narbe. Was auch immer das ist. Ah, hier liegt ein Arm, glaube ich. Von irgendwas. Also... Wie gesagt, das erfahren wir alles. Aber ich glaube, ich benutze erstmal einen Heiltrank. Kann ich das so aus dem Inventar heraus? Ich weiß gar nicht, es gab doch irgendeine Möglichkeiten, einen Heiltrank auf Schnelltaste oder sowas zu nehmen. Ich bin zu blöd dafür. So, meine Herren, wir spielen dieses Spiel ohne Heiltränkel. Ne. Keine Sorge, wird nicht passieren. Ich werde schon irgendwie eine Möglichkeit finden. Moment. Fähigkeiten, Rat. Einfach zur Seite. So, Heiltrank genommen. Und hier geht's dann wohl irgendwie... Da oben in einen weiteren Dungeon. Ach, hier brauchen wir wahrscheinlich auch wieder ein spezielles Item für. Im Moment sind wir noch zu früh. Liegt hier irgendwas hinter? Nö. Dann mal wieder zurück. Ich werde wahrscheinlich in diesem Spiel so viel übersehen, das glaubt ihr gar nicht. Aber es gibt ein paar sehr schöne optionale Gebiete oder Bosskämpfe und so weiter. Die werde ich mir jedenfalls nach Möglichkeit nicht entgehen lassen. Okay. Da wollte uns eine verblätten, aber wir waren schneller. Ja, hauen aber vom Pferd auch einen Schaden raus. Boah, das ist für die Gegner echt nicht feierlich. Ach, hier geht's auch hoch. Epic Loot. Moment, das war... So, genau. Gimme dem Lutz. Sense des Feuers. Wie viel Schaden weniger macht die? Hoppla. Chaos-Fang macht... ...ordentlich mehr Schaden und Chance auf kritischen Schaden 20% und kritischer Schaden 200% mehr. Da ist der Feuerschaden für uns eigentlich relativ uninteressant. Also den bewahren wir auch für eine... Also den werden wir nicht direkt verkaufen. Weil wir das für eine besessene Waffe gut brauchen können. Aber im Moment ist das noch relativ nutzlos für uns. So. What give it here? Ah, sind wir schon in einem guten Punkt? Ach, hier ist jemand ganz bestimmt. Erstmal Fagule rufen. Ich flug dabei einfach mal die ganze Zeit Coole. Oh. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuerbrodeln spüren. Ich werde es versuchen. Wer bist du überhaupt? Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Ha! Das gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst. Ist mir egal. Schamanen können so. Eure Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Sag mal, wenn du da reingehst, würde es dir was ausmachen, etwas für mich zu tun? Ja, würde es. Tue ich nicht bereits genug? Vielleicht. Jedoch scheint es mir, dass du nicht genug für dich selbst tust. Oder wenigstens von einer Nebenwirkung profitierst. Nun, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet. Ich habe eine alte Metallschale dort zurückgelassen. Mit dem Bild von zwei Hämmern in der Mitte. Nicht sehr ansehnlich, aber es war mein Gesellenstück. Das letzte, was ich je geschmiedet habe. Eine Schale? Du willst, dass ich dir eine Schale bringe? Ja. Nun, sie hat einen ideellen Wert. Wenn du sie findest, entlohne ich dich dafür. Na gut, Kahn. Oh. Da vorne ist irgendwo eine Kiste. Komme ich da dran? Achso, von hier aus. Ja, und hier müssen wir auch ohnehin lang. Aber erst holen wir uns die Kiste, dann gehen wir rein. Dann speichere ich und mache eine Aufnahmepause. Hehe. Stiefel. Hm. Nichts Besonderes. So, dann gehen wir hier mal rein. Bei erstmal kurz kaputt machen. Vielleicht finden wir noch was. Gold, gut. Jedenfalls mache ich dann hier einen Schnitt. Ich speichere einmal. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Let's Play. Das ist konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns zunächst mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Darksiders 2. Bis dahin. Cheerio. Die Kiste.